... dahinter gekommen. Du ernährst dich von schlechter Laune, nicht wahr? Ich versteh' nicht ganz, kann ich. Werden wir helfen? Nein, das kannst du nicht. Du kannst nicht mal mehr dir selbst helfen. Du versuchst herauszufinden, wovor jedes Kind am meisten Angst hat. Vor seiner Zukunft, seinem Aussehen, seinem Selbstvertrauen. Und du hackst und hackst darauf herum, während sich dein hochniesiger Geisterassistent davon ernährt. Hey! Bravo, ausgezeichnet. Das ist... Aber ich fürchte, du hast ein paar Dinge ausgelassen. Das ist ein paar Dinge ausgelassen.